Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Driver San Francisco. Ja, beim letzten Mal, ähm, wie soll ich sagen, fand ich es eigentlich irgendwie lustig, erst, ähm, recht normale Fahrzeuge zu nehmen, weil ich meine, jeder Verbrecher findet es irgendwie lustig, mit dem LKW rumzufahren, Nummer 1, obwohl... Ich muss hinzufügen, mit dem ging es sogar am einfachsten und danach noch im Dodge Monaco. Ach, alles okay. Aber dann wurde ich ganz mies von dem Spiel gelenkt und zwar, da tun die zweimal hintereinander eine Chevy Camaro in die Verfolgung reintun und ich konnte es einfach... Ne, warte mal, Chevy Corvette. Verdammt nochmal. Äh, jedenfalls, ich konnte es mir nicht verkneifen. Aber nun ja, diesmal bin ich wieder als Polizist unterwegs und natürlich mit dem Ford Crown. Ach ja. Jedenfalls, das erste Fahrzeug, was ihr ganz böse guckt, ist dieser Audi. Also muss er jetzt erstmal angehalten werden. Verdammt nochmal, da vorne hätte ich einen Dodge Challenger herausfordern können. Der wäre wenigstens neu gewesen. Aber nun ja, jetzt, ähm, obwohl, wisst du was, ich bleib einfach bei diesem Lied und werd glücklich. Hey, danke, Kollegen. Das ist soweit. Oh, warte mal, ich krieg nur ein Polizeifahrzeug. Also nur Schützung, glücklich. Jawohl, der Audi macht's eigentlich gerade eben nicht schwer, er könnte den Locker abhauen. Ja, fein. Warum? Komm drüber weg. Ja, ja, da kommen sie. Komm, bitte ramt ihn, ramt ihn. Ihr seid solche. Ich hasse euch, wisst ihr das? Ich hasse euch alle. Hey, Leute, versteht mich nicht falsch. Ich meine meine Kollegen und nicht euch. Meine Güte. Die hätten wir perfekt reinfahren können. Zwei Polizeifahrzeuge hätten locker gereicht. Oh Gott, hundertprozentig. Aber nein. Ich würde es ja gerne jeden einzelnen schrotten dafür, aber es geht ein bisschen schwer. Es sind meine Kollegen und ich muss jetzt erst mal das akzeptieren. Vielleicht, wenn es vorüber ist, sollte ich die mit dem IKW-Rahmen. Ich weiß es noch nicht. Oh, muss. Ich muss aufhören, mich auf Ideen zu bringen. Ja, alles hört sich so gut an. Oh Gott. Wie kann es eigentlich sein, dass die Fort Crown zu schaffen, hinterher zu bleiben, aber die Dodge Chargers und die Corvettes es nicht schaffen, hinterher zu kommen? Also, wer sage ich nicht dazu? Das darf einfach nur nicht wahr sein, das ist alles. Oh, ein Taxi. Das wollte ich auch mal nehmen. Aber keine Sorge, Leute. Das wollte ich erst viel später nehmen. Und danke, Kollege. Einfach ein Rahmen hätte gereicht, aber ich muss mich nicht gleich rüberschieben. Jetzt. So, ja, ja. Sehr gut. Aber jetzt ist noch ein anderes Auto da mit noch geopfert, aber nun ja. Passiert nun mal. Was verfolgen die? Was verfolgen die? Was ist hinter mir? Okay, ist ein bisschen schwierig, die Richtung zu erkennen, wenn man nicht gerade eben ein Headset hat, was gut darin ist, wo man das machen kann. Es ist rauszufinden, meine Güte. Also, ich würde sagen, links. War da oben? Nein. Okay. Nein, ich komme nicht näher. Zurück. Zurück. Hier bin ich schon mal ganz warm. Wo sind die? Nein. Und von oben kann man es auch nicht so ganz erkennen, wo die fahren. Da fahren drei Polizeifahrzeuge. Seid ihr das jetzt, oder? Seid ihr noch von voren? Oh, hallo, LKW. Ich bock dich mal ganz kurz aus. Jetzt trage ich ihn overall. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt geht es wieder los. Hast du deine Medikamente? Scheiße, stimmt ja. Ähm. Ja, Fail? Das ist die reinste Schikane. Rocky würde es vielleicht interessieren, aber mich eigentlich gerade eben weniger, weil ich ganz schön böse bin. Was denn? Der Ramme, oder dass wir gerade eben von jeder Polizeieinheit in der Nähe verfolgt werden? Das war echt ein geiles Manöver von der Kovette. Oh, okay. So einer ist es sogar. Ich habe Angst, dass du mein Fahrzeug zerstörst. Ram weiter, ram weiter, komm schon. Hättet uns auch gerammt. Diese Logik. Ja, mein LKW ist gleich Schrott, weil ich die ganze Zeit Fahrzeuge rammen muss. Oh Gott. Wirklich? Ja, sehr gut, geschrottet. Ich meine, oh nein, das war jetzt nicht beim Plan. Nun ja, was soll ich sagen, kann eben passieren. Oh, hallo Dodge Charger. Was, du weißt es? Weißt was? Ich wurde als Mann geboren. Ach Gott, wieder diese Person. Ähm, diese Frau, oder Mann, je nachdem, ist die ganze Zeit eigentlich bei mir da gewesen, wenn ich Polizeifahrzeug damals gefahren habe und es war ziemlich nervig. Aber hey, Dodge Challenger! Die Handheit war unglaublich schwierig. Kannst du dir das vorstellen? Hm, nicht so richtig. Ich auch nicht. Gut. Vor allen Dingen ist es ja, ähm, eher die Geschichte, wann. Dann hat er sich, oder jetzt hieß ich, um entschieden, eine Frau zu werden. Das ist ja die beste Frage. Als ich nicht sicher war, was ich eigentlich bin. Hey, wir haben doch alle mal eine Krise von Zeit zur Zeit. Mach dir nichts, Gott. Ja, nur sie hat es dann auch geändert. Oder er. Oh, Gott, das verwirrt mich so hart. Ein Kollege ist da. Danke. Versuch nicht, mich mit deinem braunen Arm im Fahrtstil abzulecken. Leck nicht. Ob der was geht. Genau, ich will unbedingt ein Transjustiten haben. Mein Wunsch. So, das muss ich jetzt auch erstmal legen. Hm, das wage ich zu bezweifeln, aber hey. Ich sag nicht mehr darüber. Hey, ich versuche gerade nicht mit dir zu unterhalten. Bitte schädlich. Ja, stimmt deutlich. Oh, das war nice. Hey, ich bin ein Mädchen. Sei vorsichtig. Oh, im Ernst, sei bitte ruhig. Ich meine, wenn sie wirklich darauf besteht, dass es nicht mein, äh, sie es nicht mag, die ganze Zeit rumgestottert zu werden, dann sollte sie vielleicht nicht als Polizistin arbeiten, wie ich finde. So. Bringen wir es zügig hinter uns. Ah, jetzt was denn? Wir sind die Gefahr, dass wir auf unser wichtiges Thema zurückkommen. Weißt du, dir wird das Grinsen schon vergehen, wenn ich den Jungs auf der Wache von unserer heißen Nacht voller Leidenschaft erzähle. Der was bitte? Wisst ihr was? Ich gehe raus aus dem Fahrzeug, weil Nr. 1, sie nervt mich, und Nr. 2, da ist der Korbett. Ich war bei dieser Hellseherin, und sie sagt, dass der Schmutz nicht mehr ist, dass der Schmutz nicht mehr ist, mal bald. Ich war mal bei einer Hellseherin, die sagte, es wird bald Krono-Star. Wicht, witzig. Erzähl du nur weiter Witze, bis uns eine Autobombe in einen Smoothie verwandelt. Hm. Ich meine, wenn du es so rumstellt, hätte ich schon Bock darauf. Doch mein Nachtmann, wenn der Tod mich holt, nimmt er dich mit? Lass es einfach. Vergiss es, Kumpel. Der Typ gehört mir. Ja. Wisst ihr was? Ähm. Ihr wisst ja schon längst, dass ich Charakter in Driver San Francisco, also die Beifahrer, und ich kann eben, sagt, mag. Aber ich kann es nur noch mal sagen, ich hasse abgrundtief. Jetzt weiß ich auch wieder, warum. Ständig wiederkehrend und labere die ganze Zeit über Hellseher und wie sie gerade eben eigentlich als Mann geboren sind. Meine Güte. Okay, die Rampffähigkeit wollte ich eigentlich nicht benutzen. Tut mir leid, Leute. Das habe ich für einen Moment vergessen. Und danke, Kollegen. Das war gerade eben sehr nett von euch. Hey, er könne die ganze Zeit rausschießen. Ich hätte eigentlich nichts dagegen. Oh. Gut zum Teufel ist er hin. Um die Ecke, die Straße runter. Einfach so schnell wie möglich wegfahren. Ein pfiffiger Plan, das muss man ihm lassen. Ja. Das nennt man abhauen. Immer auf der Straße bleiben. Was zum Teufel? Ey, ich... Also... Das ist jetzt auch nicht neu, dass die KI sich so dreht. Und normalerweise rammt es dann wieder die Wand oder andere Verkehrsmitglieder. Aber ansonsten so etwas ist ja nicht relativ neu. Ja, du gehörst mir, Jaguar. Komm her. Oh, netten. Ja, das war groß. Bariton. Was soll ich dir sagen? Ich hab sowas auch noch nie gesehen. Du's nicht, Mann. Also... Muss aber sein. In was für einer Wohnung lebt er denn, wenn Frösche regnen und allgemein reinkommen? Also entweder ist das Haus ein bisschen undicht oder... Ist ein bisschen, ähm... Verhext. Auch nur ein klein wenig. So, jetzt erst mal Fahrzeug wechseln. Und... Okay, für den Moment dachte ich, dass dieses Fahrzeug eine offene Camaro ist. Oh Gott. Warum nicht? McLaren! Oh Gott. Das ist so dreist. Aber ich würde jetzt McLaren fahren. Was soll das alles? Fragen Sie mir das, Lady. Lady? Ich bin deine Mutter. Nenn mich nicht so. Oder wie jetzt? Ach, keine Ahnung. So, ich würde jetzt erst mir den Nitro geben, weil solange ich nicht in der Verfolgung bin, ist es ja schätze ich mal okay. Und da ist ein Polizeifahrzeug entlang gefahren, weil es jetzt weggespawnet ist. Wirklich. Das Problem bei dem Spiel ist, die Polizeifahrzeuge waren immer nur im Gegenverkehr gespawnt. Zumindest, wie gesagt, aus meiner Erfahrung. Oh, McLaren gegen Cadillac. Wer wird das wohl gewinnen? Also mit Geschwindigkeit ich, aber mit dem Dram eher. Oh nein, 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 nein. Ich schmeiß dich gleich aus dem Fahrzeug raus. Ey, danke, Kollege. Äh, ich mein, böser Polizei-Feind-Dur. Ich hasse manchmal die Polizei, weil die nicht aufhören kann. Wow. Okay, das sollte eine Straßensperre werden, oder was? Und genau das macht die KI-Sagern, und zwar ein Klasse-Fuck. Und ich stehe darauf. Und dann sage, oh Gott. Also der Besitzer wird sich freuen, weil das Fahrzeug ist nicht billig, sag ich's mal so. Du hast recht. Ich werde damit aufhören. Ich werde für immer damit aufhören. Ich werde mir einen kleinen Minivan holen, für das Geld, was ich noch davon kriege, also für mich erklären. Und ja, ich glaube, ich mache es gleich so. Ich lasse mich abschleppen. Ich würde ja sagen, dass mein Nummernschild wahrscheinlich schon irgendwie gespeichert wurde, mehr oder weniger. Oder zumindest die Polizei es vielleicht gesehen hat. Aber dadurch, dass jedes Nummernschild gleich aussieht und es selber draufstehen hat, sag ich mal nur so. Never mind. Aber dadurch, dass ich jetzt das wahrscheinlich Police Duty nennen werde, will ich das jetzt noch eigentlich treu werden, und zwar den Titel. Ich hätte jetzt schon Bock auf eine Corvette, aber ich weiß nicht. Ein Cadillac würde ich jetzt auch mal gerne ver... Oh, da haben wir uns schon vor dem Gespräch. Mann, wir sollten echt mal den Latino-Pimp umhauen, der uns zwei war ein Schutzgeld schuldet. Äh, warte mal, das war... Oh, tut mir leid. Du machst Scherz, ja, oder? Hey, Audi. Okay, wenigstens nicht dieses Gespräch mit der anderen Kollegin, weil ich hätte jetzt keine Nerven dafür. Ich glaube, ich hab mal... Jetzt, ja. Ido? Ich hab Dido verstanden. Ja, Frank. Sei glücklich darüber. Okay, komm. Ja, sehr gut. Ich wollte jetzt nicht lange in First Person fahren, aber, Leute, ihr müsst wissen, ne? Normalerweise, wenn ich in einem Truck fahre oder in einem SUV oder in einem Pickup, je nachdem, wie groß es ist, ähm, mag ich's eigentlich, in First Person zu sitzen, ne? Wo ist du mir? Leider kann man sich nicht die ganze Zeit anstammen und gegenseitig... Kollege! Kannst du jetzt bitte damit aufhören? Ich weiß, dass ich nicht so schnell fahre wie du, aber trotzdem. Diese sexuelle Belästigung die ganze Zeit. Das Spiel weiß, welche Fahrzeuge ich gerade eben machen will. Das ist mies. Um es mal ganz hoch zu sagen. Jetzt geht das wieder los. Project Transom. Oh Gott, nein, nein! So, jetzt erst mal wieder... Obwohl, die Motorhautenansicht war eigentlich auch mal nicht so schlecht. Mit der fahre ich eigentlich auch relativ gerne. Wenn ich's nicht vergessen würde oder wenn ich halt irgendeine LKW fahre oder so etwas. Weiß nicht. Ich hab da mal... Ich hab da meine Prioritäten. Meine Güte, Deutsch, bitte komm wieder zurück. Ist echt schrecklich manchmal. Nein, nein, die kommen näher. Nein. Wow. Ich dachte, in der letzten Sekunde werden die mich noch einholen. Und zum Glück ist es nicht passiert. Also Leute, das war jetzt erstmal eine weitere Aufnahme von Drivers San Francisco. Ich glaube, ich werde den Titel dann erstmal ändern und zwar Razor, Schrägstrich Police Duty. Ich weiß es noch nicht. Mal sehen. Also Leute, bis später.